Zwei Gas Analyzer, einfach nebeneinander. Und wo ihr diese zwei Schätzchen findet, zeige ich euch jetzt. Aber ich habe da auch gar keinen Plan von. Hier liegen keine Gas Analyzer-Chat. Wir machen gleich nochmal eine schöne Community-Scale-Runde auf Lighthouse, wa? Das machen wir. Patrick ist doch echt ne geile Sau. Wer ist Patrick? Doppel-Gast-In-Elyzer-Chat! Okay. Du Remi-Fa-Sola-Typ! Wir singen Gas Analyzer! Gas Analyzer! Doppel-Chance! Ja, ich habe euch das Prinzip schon mal erklärt. Je mehr ihr hier den Stream supportet, ne? Weil ich bin ja Twitch-Partner. Und jetzt sind hier die Tarkov-Twitch-Partner-Prime-Server. Der ist so krasseren Stuff, finde ich halt, ne? Ich weiß gar nicht, was alle wegen diesen Gas Analyzern haben. Ist doch super easy-Chat! Oh mein Gott, ich werde gleich noch so aufs Maul kriegen. Okay, okay, okay! Ich bin schon am Schwitzen, ich bin schon am Schwitzen! Also, es scheint wirklich bestätigt zu sein, hier findet man Gas Analyzer. Also, Doppel-Chance ist schon krass. Okay, schreibt jetzt rein, werde ich den Raid überleben oder nicht? Seid ihr bereit? Ich painie mich. Ich muss mit Pain-Effekt rumlaufen. Ich bin nervös. Ich bin nervös, Chat. Ruhig bleiben jetzt, ruhig, 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 ruhig. Kann Maskui jemand einen Timeout geben? Wer verdient? Ruhig. 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 Oh, jetzt das Spiel! Jetzt das Spiel! Scheiße, wir gehen rüber, oder? Gehen wir rüber? Wir gehen rüber. Oh, Patschki, blöd. Okay, ich gucke jetzt nicht mehr auf den Chat. Also macht keine Faxen. Die Morde spielt verrückt. Der ganze Club röhnt und alle schreien im Chor. Meine Mords, meine Mords, meine Mords waren euch weg. Okay. Was ist das? Wo ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, wär ich jetzt gestorben, ne? Digga, wär ich jetzt gestorben, hätt ich gebannt, entbannt und nochmal gebannt. Doppelgas, doppelbann. Ja, wir stellen direkt auf Frieden hier. Oh nein, das ist DPD. Oh mein Gott, ich muss da ran, Alter. Jetzt. Nie kommen die, wenn die sagen, dass sie kommen. Um 11 Uhr sollten die kommen, Alter, das gibt's nicht. Halt's. 6,5 Stunden später. Oh, DPD, Alter. Ich bin wieder da. Oh Gott, ich muss mehr Sport machen. Einmal zur Tür gerannt. Direkt Sauerstoffzelt. Ihr Paket kommt zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Ja. Mhm. Guter Trick. Vor allem, ihr kennt ja den Struggle, ne? Wenn man nicht zu Hause ist, die legen das ja nicht irgendwo hin. Die nehmen das nochmal mit und versuchen es exakt. Auf die Sekunde. Am nächsten Tag nochmal. Und das Paket brauche ich. Weil wir das gleich zusammen öffnen werden. Oh mein Gott. Was sagt denn die Uhrzeit? Ey, könnt ihr nicht mal alle aus meinem Raid raus hier? 13 Minuten. 13 Minuten noch? Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby, komm. Shake, Baby, shake, Baby, shake. Ey, sorry, ich ignoriere euch wirklich nicht, ja? Ich will mich jetzt hier nur ordentlich konzentrieren, okay? Ich schmeiß mir nochmal ein Painie rein. Ich weiß, das Bild wird dann immer kacke. Aber besser kack Bild. Als tot. Sorry für Unannehmlichkeiten. Und rum. Ja, wenn mich hier jetzt einer wegrettet, ne? Dann wird das ein kurzer Stream heute. Dann krieg ich Puls. Komm schon, Baby. Ich hoffe, das Boot ist da. Ich hoffe, mein Ruder-Boat. Ich weiß, die Route hier ist ein bisschen gefährlich. Aber. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Als auf der anderen Seite. Focus, guys. Komm schon. Oh, ich kann das Thumbnail schon schmecken. Oh mein Gott, das wird das Clickbait-Video der Woche. Egal, wie das hier ausgeht. Das ist sicher. Doppel-Gas-Analyzer. Ohne Scheiß. Was habt ihr für Predictions? 10.000, 20.000 Aufrufe? Der Gegenstand, der gerade am meisten gesucht wird, ist keine Red Key Card. Kein Ledex. Keine GPU. Es ist der GS-Analyzer. Und ich habe zwei. Nebeneinander gefunden. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Das hier, der Clickbait des Monats wird das. Wisst ihr, was das ist? Das ist wie damals mein Video mit den drei Bitcoins in der Skeff-Runde bei den Schränken im Goshan. Bei den Schließfächern. Die drei Bitcoins. Wisst ihr noch? Das war auch so ein geiler Clickbait-Titel. Bling, bling, macht der Diamant. Komm, bitte sei auf, Ruderboot. Mach keine Faxen. Die Modus spielt verrückt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ruhig, 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 ruhig. Und schnell. Und schnell, und schnell. Und schnell. Bitte ist offen, bitte ist offen, bitte ist offen, bitte ist offen. Sei offen, 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 sei, offen, sei OFFEN! größere Variante Qualität全 Zeit! Komm Doppelpunkte, doppelpunkte, doppelpunkte! Doppelzooooooooooooooo HA 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 CEO of Gas Analyzer Digger wie geil, was passt denn Oh mein Gott, war das spannend War spannend, ne? MEIN HERZ HA 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 Boah, war das geil